Hallo Freunde der post-eukalyptischen Gelbsucht. Hier ist wieder euer Mario und ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt hier in meinem gelben Springfield. Ich habe nicht weitergeklickt, deswegen steht da unten noch mein Name. Egal, weiß wenigstens jeder, wie ich heiße hier bei EA. Dürft ihr mich adden? Könnt ihr mich adden? Muss ich das nicht bei euch machen? Er spart mir Arbeit. Nee, ist keine Arbeit. Macht ja Spaß. Ich nehme das meistens ja auch auf, also damit müsst ihr dann rechnen. Von daher, ja, schauen wir mal, was dieses Mal passiert. Ich bin wirklich besorgt über das Spielfieber in dieser Stadt. Wie wird es sich beispielsweise auf unsere Kuchenverkäufe auswirken? Es ist Zeit, unsere Kuchenverkäufe mit einer Organisation zu schützen, die diese schlimme Sucht heilt. Ich habe die Idee aus der Zeit, als ich bei den AA war. AA? Alpha Alpha? Anonyme Absinthiker. Achso. Obwohl es bei den anonymen Absinthikern eher darum geht, abzuhängen und unsere Liebe zum Absinth zu teilen. Oh, das ist wirklich ein kleines bisschen anders. Lass Marge die anonymen Spieler gründen. Oh, Marge kann nicht. Hm. So, Marge hat mittlerweile gegründet ihre anonymen Absinthiker. Beziehungsweise gründet sie. Gründet sie gerade, ich glaube hier. Ja. Noch zwei Stunden und zwölf Minuten. EA hat mein Gebettel erhört übrigens, habe ich festgestellt, es gibt nämlich jetzt 20 grüne Chips für jeden, den ich hier abklicke. Das heißt, ich schaffe es vielleicht doch. Sie haben immerhin die Menge erhöht, die man sich erklicken kann, hier selbst zu Hause. Und von daher schaffe ich es ja dann vielleicht doch noch, alles zu kriegen. Oh, alles. Mein Wunster Casino. Gleich. Nur noch eine Handvoll. Dann kriegst du vielleicht auch den Cracked Demon. Letzte Runde habe ich es ja leider nicht geschafft im ersten Akt. Ich meine, ich habe den Luscious Sweet zwar. Aber ich musste ihn mir teuer erkaufen für 140 Donuts. Abgesehen von der Tatsache, dass ich das nicht nochmal kann, will ich das auch gar nicht. So, lassen wir mal Kandidaten hier Versuchskandidaten sein. Oh, erst muss ich hier... Kaboom! Die Exploration Incorporated! Blue Bronco Energy Drinks saufen. Okay, alles klar. So, lassen wir mal hier die Kandidaten Versuchskandidaten sein. Hey, what the? Eins. Zwei. Drei. Ich kann keinen Snake schicken. Geht nicht. Aber ich kann noch ein bisschen... Dann kann ich jetzt auch hier alle... Eins, zwei, drei... Achso, das dachte ich mir doch. Deswegen habe ich nämlich vorhin... Deswegen habe ich nicht erst alle auf ihren komischen Job wieder geschickt, weil ich nämlich Angst halte, dass wieder welche dabei sind, die... Die hier dann doch... Wo die Jobs nicht quasi gegenseitig im Weg wären, wenn ich das so sagen kann. Kann ich das so sagen? Ich habe keine Ahnung. Ich kann das natürlich, aber ob das richtig ist, ist die andere Sache. Hier, ich brauche noch ein paar... Nur noch eine Handvoll. Achso, ich kann hier in der Zeit gar nicht mal... Ich habe nämlich gesehen, ich kriege schon wieder drei Donuts. Glückwunsch! Du hast drei Donuts gewonnen! Ja, so ist das. Ich gewinne Donuts. Hier. Body Works. Eins, zwei, drei, vier, fünf! Schwupp! Wie viel brauche ich noch? Einen! Einen so'n... Freiko! Hallo, Freikos? Keine Freikos? Keine Freikos? Da ist einer! Da-da-da-da! Platzieren! Warum seid ihr alle so groß? Er passt! Piuu! Vier Stunden! Vier Stunden! Das geht nicht! So lange kann ich nicht warten! Könnte man das eigentlich auch beschleunigen? Natürlich! Ach, guck mal! Es wird nicht nur zwei... Ach, ne! Doch, vier Stunden! Es wird nicht nur zwei... Nur zwei Donuts kosten! Ich glaube, die... Die gebe ich jetzt mal aus. It's up! Woodstock Casino! Endlich ein Casino, das den mutigen, revolutionären Geist der 1960er zeigt! Und Auftritte von jeder abgehalfterten, scheintoten Rock'n'Roll-Band der 1960er! Im Ernst? Wer zum Teufel ist? Let's Zeppelin! Ey! Bart! Nur weil du keine Ahnung von Mucke hast? Naja, lassen wir das! Deine Players-Club-Karte ist jetzt Silber! Vier Sterne! Und ich bekomme zwölf... Zehn Martinis! Wie komme ich auf zwölf? Keine Ahnung, kann keine Zahlen mehr lesen! Das heißt... Bling, bling! Oh! Ich bin ganz knapp nach 220! Ganz, 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 ganz knapp vom Silber-Player-Club-Turm entfernt! Wäre dann jetzt natürlich die Frage, woher bekomme ich die... Ich glaube, ich gehe jetzt erst nochmal eine Runde zocken. Eine Runde zocken gewinnt Chips am Spielautomat. Ihr kennt das Spiel, ihr bekommt nur meine 3 und in der Zwischenzeit könnt ihr meine Mucke lauschen. Wälder-Club-Turm-Turm. Der Wälder-Club-Turm-Turm auch ein paar Die Verkauf-Turm-Turm Bis zum nächsten Mal. 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 Einer wird hier noch. Bis zum nächsten Mal. Was kann ich noch? Was kann ich noch? Was kann ich noch? Oh. Bis zum nächsten Mal. Da kommt noch was hin? Bis zum nächsten Mal. Du kannst mich einmal. Du kannst mich einmal. Du kannst mich zweimal. Du kannst mich dreimal, wenn du willst. Bis zum nächsten Mal. 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 Tschau.